Heute unterhalte ich mich mit Gursimran und sie erzählt uns etwas über sich. Viel Spaß! Herzlich willkommen heute und meine erste Frage oder meine Frage für heute ist, stell dich erst einmal vor, erzähle uns etwas über dich. Ah ja, okay, danke. Mein Name ist Gursimran, ich bin Amerikanerin und ich bin jetzt in der Universität. Ich studiere Ingenieurwissenschaften und Physik in der Zukunft. Ich möchte in der Graduierschule gehen für die Physik und ich liebe Musik spielen. Ich spiele die Gitarre und ich bin in einer Band. Ich bin ein Studenten und ich liebe die Musik. Ja, so Musik ist dein Hobby und du spielst in einer Band. Welche Art von Musik spielst du? Ah ja, so ich spiele, es ist nicht vielleicht Rock, aber es ist ein, es ist eine, es ist eine Tick, das ist so wie Rock. So, wir heißen das in Englisch Grunge. So, ich bin in einer Grunge-Band und wir spielen jetzt, ich glaube, dass es gibt über ein Jahre. So, wir sind über ein Jahre alt. Ja, und wo spielt ihr? Spielt ihr an der Universität bei Veranstaltungen oder mehr in Kneipen oder Clubs? Also, wir sind ein bisschen klein. Wir sind nicht sehr bekannt. So, wir spielen in die Kneipen und Clubs. Ich hoffe, dass wir können einen Tag in der Universität spielen. Aber jetzt, wir sind klein. Wir spielen nur in die Clubs. In den Kneipen und Clubs, ja. Und wie ist das so? Wie oft machst du das? Wie oft triffst du dich mit deinen Kollegen zum Musikmachen? Ja, so, wir haben ein Übungen jede Woche. So, wir übungen sehr viel. Aber für die, wenn wir haben ein Einzeige in der Club zum Beispiel. Wir machen das, ich glaube, jetzt, wir können das nicht machen mit Coronavirus. Aber in der Vergangenheit, wir machen das einmal jede drei Monate, ich glaube. So, nicht super viel. Aber wenn wir haben ein bisschen Zeit, wir machen das. Ja. Erzähl uns noch so ein bisschen über dich vielleicht. Wo kommst du in den USA? Die sind ja groß. Wo kommst du her? Hast du immer dort gewohnt? Bist du manchmal umgezogen? Ja, ja. So, jetzt lebe ich im USA. So, ich bin in der Nord. Wir heißen das in Englisch New England. So, ich lebe in einem Bundesstadt, das wir heißen Connecticut. Es ist näher New York. So, es ist in der Nord. Ich stehe hier jetzt, ich glaube, dass es ist über zehn Jahre. So, ich war gebürtet in Kanada eigentlich. Und ja, dann wir umgezogen zum Amerika. Und ich habe auch in Indien gelebt. So, ich habe alle meine Mittelschule in India gewährt. Sehr interessant. Okay. Gibt es sonst noch was, was du erzählen möchtest, wo du sagst, das ist noch interessant über mich? Ja, ich glaube, ich kann sprechen über einen Sport, das ich mache. So, ich mache Karate. Das ist ein Sport, das ich habe gemacht, als ich sehr klein war. So, jetzt gibt es über fünf Jahre, dass ich es mache. Und so, das ist etwas, das ist sehr wichtig für mich. Und das ist ein Sport, das ich glaube, ist sehr, sehr wichtig für mich zu schützen. Und auch ich kann das benutzen für die anderen Leute zu schützen. Ja, sehr interessant. Okay. Vielen Dank, dass du das uns alles erzählt hast. Hat dir gefallen, was Guzimran über sich erzählt hat oder gefallen dir diese Videos? Dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du Anregungen oder Ideen hast, dann schreibe mir doch einen Kommentar. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss! Genau. Vielen Dank.